Hallo Metals, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Michael Göre und ihr seht TV Jungsmusik. Heute mit einem Thema und zwar das Thema ist eigentlich TV Jungsmusik selber, also Metal-YouTube. Ich selber bin ein großer Freund des Formats, sonst würde ich es ja auch nicht machen und sonst würde ich mich ja auch nicht darum bemühen, dass das Ganze mal ein bisschen weiterkommt, dass neue Leute mit ins Team kommen und so. Ich habe da schon was mit vor und freue mich jedes Mal, wenn es neue Abonnenten und Abonnentinnen gibt. Insofern, ihr wisst Bescheid, Glocke drücken und so weiter, dann freue ich mich, dann freut der Algorithmus sich und immer mehr Leute werden vielleicht auf TV Jungsmusik aufmerksam. Aber so einfach ist das ja leider nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, um den Jahreswechsel herum hatte sich der dunkle Parabelritter mit einem Video zu Wort gemeldet, wo er verkündet hat, dass für ihn jetzt das Thema Metal-YouTube gegessen ist. Er will lieber diese politischen Videos machen und damit ist er glücklicher. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Für ihn scheint es ja sehr gut zu funktionieren. Das sind Klickzahlen, die er vorher nie hatte und das mit Sachen, für die er sich, glaube ich, ein bisschen mehr interessiert. Und ja, das ist vielleicht auch für die Metal-YouTube-Szene so klein und überschaubar sie auch ist, vielleicht auch echt nicht schlecht. Weil bisher war der Parabelritter halt so uneinholbar von Abo-Zahlen her und galt für alle als der Metal-YouTuber, außer diesem komischen Menschen, der auch gerne mal verurteilt wird. Aber den kann ich als Metal-YouTuber auch halt nicht ernst nehmen. Insofern bleiben wir mal bei den Leuten, die geistig einigermaßen auf der Höhe sind. Und ja, es war halt eine Überdominanz, weil danach kam erstmal eine ganze Weile überhaupt nichts. Also sehr weit runter nicht. Und insofern ist es vielleicht jetzt ganz gut so, dass dieser eine große Klotzparabelritter erstmal weg ist von Metal-YouTube. Nichts gegen Alex, also das ist jetzt gar nicht so böse gemeint, wie es vielleicht klingt. Aber es hilft vielleicht den anderen so ein bisschen, ja, eine Perspektive zu finden. Jetzt ist allerdings die Frage, wie geht es weiter mit Metal-YouTube? Wird das nochmal so eine große Zahl an Abonnenten für irgendjemanden geben? Ich glaube nicht. Also nicht im deutschsprachigen Bereich. Es gibt ja hier den Fafan, den Frank. Der macht eher Sketche und Comedy-Sachen und Erklärvideos, also Tutorials. Der hat ja 70.000 Abonnenten, aber der macht das halt auf Englisch. Und damit ist man natürlich viel weiter gestrickt. Ich persönlich habe auch schon überlegt, ob ich so einen englischen Zweitkanal aufmache. Ich habe immer nur so ein bisschen Probleme, dass ich halt kein Muttersprachler bin und mir nicht so wirklich zutraue, frei Englisch zu sprechen. Und vor allen Dingen, wie klingt es am Ende? Macht man sich nicht ein bisschen zum Obst? Und Deutsch ist halt die Sprache, mit der ich umgehen kann. Das ist mein Handwerkszeug als Schreiberling. Und deswegen fühle ich mich da wohler. Klüger wäre es tatsächlich, das auf Englisch zu machen. Aber dann ist es halt auch schwierig, weil ich natürlich auch mal gerne einen regionalen Bezug habe, dass ich gerne Bands aus meiner näheren Umgebung feature, weil man dann auch mit denen mal interagieren kann, sich für ein Interview treffen kann und so. Und wenn du auf Englisch machst, dann musst du ja irgendwie was auch gleichzeitig machen, was alle verstehen. Und das ist halt dann schwierig, wenn man Bands vorstellt oder sowas, weil dann hat man nicht nur weltweit sein ansprechbares Publikum, sondern man muss das ja auch irgendwie dann mit etwas füttern, womit sie alle relaten können. Oder ja, wenn du einen Tonträger vorstellst, dann sollte es schon ganz gut sein, wenn ein Großteil des Publikums auch irgendwie an diesen Tonträger rankommt, ohne 50 Euro Import zu bezahlen oder sonst was. Deswegen bleiben wir mal bei deutschsprachigen. Und ich muss sagen, ich glaube, es wird längst nicht mehr so viele Abos geben. Das hat auch damit zu tun, wie sich YouTube verändert hat. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das verfolgt. Aber die Sache ist die, dass halt der Algorithmus stark verändert wurde. Und früher war es wirklich sehr, sehr, sehr viel einfacher, eine Riesenreichweite zu kriegen. Ich kann mir das immer noch nicht erklären, wie ich mit meinem kleinen Pille-Palle-Stammkanal mit Poetry-Slam-Videos über 650.000 Leute erreicht habe. Oder ja, zweite ist, glaube ich, 300.000 oder sowas. Das sind Zahlen, die kriegst du heutzutage nicht mehr hin. Es sei denn, du wirst von irgendeinem Promi oder im Fernsehen oder sonst was empfohlen. Und dadurch kommen dann ganz viele Leute auf dich zu. Aber vom normalen Algorithmus her wird das nicht mehr so passieren. Und was auch natürlich eine Riesenschwierigkeit ist, gerade beim Metal-YouTube, ist, dass die Filter viel aggressiver geworden sind. Es gibt ja angeblich keine Zensur, keine Upload-Filter, bla bla bla, aber das ist Bullshit. Natürlich wird gescannt, vor allen Dingen natürlich nach Copyright-Sachen. Aber es werden halt auch extrem viele Wörter rausgeclaimt. Und wenn du diese Wörter sagst, dann rutschst du im Algorithmus immer weiter nach unten, bis es irgendwann gar keinem mehr angezeigt wird. Und ja, man mag jetzt denken, das sind alles schlimme Wörter. Aber es sind manchmal ganz normale Wörter, die ich jetzt mal einblende. Weil ich will ja nicht, dass dieses Video niemand sieht. Aber das ist so Panne, weil ich meine, es sind allgemeingültige Wörter, die vor allen Dingen im journalistischen Bereich völlig üblich sind. Und das ist schon krass, vor allen Dingen, weil es ja um solche Themen auch im Metal geht. Und dann kannst du noch nicht offen darüber reden. Oder du landest halt irgendwo ganz weit unten und dann kannst du tausend Leute haben, die dich abonniert haben. Aber tun das Video vielleicht hundert. Und wenn man bedenkt, dass da doch Arbeit drin steckt, ist das halt scheiße. Vor allen Dingen, wenn du versuchen willst, ein bisschen Geld auch damit zu verdienen, damit du mehr Zeit noch rein investieren kannst. Weil so ist es nun mal. Je mehr du machst, umso eher musst du da irgendwie auch was für kriegen. Weil sonst kannst du das halt einfach nicht. Equipment kostet Geld, Zeit ist Geld in unserer Gesellschaft. Und ja, dementsprechend achtet man natürlich so ein bisschen jetzt dann darauf, dass man sowas nicht sagt. Damit man nicht sofort wieder runtergedrückt wird. Und das ist halt sehr, sehr schade. Und ich finde es auch erbärmlich. Weil wenn wir nicht mehr offen über irgendwas reden können, was soll das dann? Also ich finde es schwierig. Vor allen Dingen finde ich es halt sehr, sehr schade für Leute, die selbstständig irgendwie journalistische Videos auch machen wollen auf YouTube, weil sie einfach Themen nicht angehen können, weil sie dann nicht mehr angezeigt werden. Und das sind wichtige Themen, die gehen uns alle was an. Und es sollte für alle möglich sein, darüber zu reden, ohne dass man Restriktionen erfährt, weil es nun mal einfach die Realität ist. Und das mag vielleicht einigen Werbepartnern in ihrer Bubblegum-Welt nicht passen, aber so ist es nun mal. Und es ist schade, dass YouTube das nicht mehr zulässt. Und das fördert natürlich auch, dass irgendwie so Sachen wie Prank-Videos oder dumme Reactions oder sonst was, also so richtig B-Stoff, immer mehr wird. Und dass es originäre Inhalte nicht gibt. Außer dann von zum Beispiel so Sachen wie Funk, wo halt spezielle Verträge mit YouTube sind. Und das ist halt auch nochmal richtig fies unfair, weil die können machen, was sie wollen. Sie haben ihr Geld safe. Sie müssen eh nicht auf Werbung setzen, weil sie keine Werbung zeigen dürfen. Und haben dann auch nochmal Special Deals, sodass sie ihre normale Reichweite haben, auch wenn sie unbequeme Themen angehen. Und dafür bezahlen wir dann auch noch. Das ist schwierig. Ich finde das gegenüber Mitbewerbern nicht ganz rechtlich okay. Aber ich bin ja nicht Christian Solmecke, deswegen habe ich keine Ahnung, ob man da irgendwie was machen könnte. Ich bin kein Wetterer gegen GEZ und Funk und so weiter, aber es ist unangenehm. Es ist ein unangenehmes Thema. Noch ein unangenehmes Thema für Battle YouTube ist natürlich auch das Problem mit der Musik. Es wird ja immer gesagt, es darf keine Musik eingespielt werden. Doch, darf es. Aber dann kann es halt sein, dass entweder die Rechteinhaber dir das Video komplett claimen. Das heißt, es wird nicht mal angezeigt. Es wird, ja, entfernt. Oder, was natürlich auch völlig richtig ist, wenn Musik eingespielt wird, ist, dass sie dann sagen, ja, dann gehen die Einnahmen, die da eventuell generiert werden, die gehen an uns. Das heißt, man hat einfach von dem Video nichts finanziell oder es wird halt gefordert, dass das ausgeblendet wird und so. Und dann hast du entweder Stille oder du musst irgendeine andere Musik machen und das geht alles. Oder du kannst halt die Lizenz kaufen für die Musik. Aber das ist einfach so schweineteuer, dass sich das absolut null rechnet. Also, man darf Musik spielen, aber es bringt halt dann nichts mehr. Also, dann ist halt alles weg für dich. Und wenn man bedenkt, wie viel Arbeit so ein Video macht, ist das schon nicht so dolle. Also, deswegen lässt man es halt und es ist halt doof, dass wir über Musik sprechen, aber diese Musik nicht einblenden. Es sei denn, wir fragen vorher bei der Plattenfirma oder sowas, ob das okay geht und so. Aber das ist mir meistens viel zu viel dann Kommunikation mit Menschen. Und es hat seine Gründe, warum ich mich in meine einsamen Keminate von der Kamera setze. Ich bin nicht so der soziale Mensch. Aber egal. Und ja, jetzt ist halt die Frage, wie soll es dann weitergehen? Also, ich freue mich, dass einige Kanäle doch jetzt sehr rege sind und dass wir uns auch untereinander austauschen und uns gegenseitig auch teilweise besuchen und so. Aber ich denke mal, das hat ganz klare Grenzen, wie weit ein Kanal gehen kann. Momentan ist der Alpha unter den, ich sag mal, regulären, unabhängigen Metal-Youtubern eindeutig Ernie von Krachmuckertv oder mit seinem Kanal Krachmuckertv, der jetzt so auf die 20.000 zugeht. Ich glaube, so viel mehr geht er auch nicht, weil er halt auch sehr speziell ist, viel auch Black Metal natürlich, viel Underground macht. Und selbst wenn seine Videos extrem unterhaltsam sind, weiß ich nicht, ob das dann irgendwie auch Leute noch mehr anzieht, die halt mit der Materie selber nichts anfangen können. Andererseits kann es natürlich auch so gehen wie beim Held der Steine. Ich gucke mir das auch an und ich habe mit Lego 0 am Hut. Es macht mir einfach Spaß, ihm zuzugucken. Genau wie ich Ernie gerne zugucke, wenn er über irgendwas redet, über irgendeine Band, wo ich jetzt nicht unbedingt mit relaten kann. Aber schauen wir mal, ich bin gespannt. Aber diese Restriktionen, die machen uns halt wirklich sehr zu schaffen. Insofern ist es wichtig und cool, wenn ihr die Kanäle nicht nur abonniert, sondern auch wirklich auf die Glocke drückt, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr Likes oder Dislikes da lasst. All das sagt YouTube, aha, da ist Interaktion. Interaktion ist gut für Werbung und dann können wir das weiter nach oben pushen. Das ist bei uns nur im marginalen Bereich. Das macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied wie bei Leuten, die halt 500.000 Abonnenten haben. Aber es hilft uns. Insofern tut es bitte. Und jetzt ist die Frage, wie kann es denn, was könnte denn eine Alternative sein? Weil YouTube ist nun mal leider konkurrenzlos und kann deswegen machen, was sie wollen. Aber ich denke mal, irgendwann demnächst wird ein neuer Player auftauchen und das könnte ganz spannend werden. Was zum Beispiel so ein Ding ist, so ein Pitch, den ich Richtung Skandinavien hätte, ich glaube in Schweden, Schweden sind es glaube ich, hallo Spotify, macht ihr doch mal eine Videoplattform. Weil die Sache mit der Musik ist ja zum Beispiel auch deswegen nicht, weil die Plattenfirmen gesagt haben, ihr dürft das nicht, sondern weil YouTube keinen Bock hatte, dafür zu zahlen, für Lizenzen zu zahlen, dass alle Leute einfach die Musik nutzen dürfen. So wie Spotify ja im Prinzip macht. Die haben Generalverträge mit den Plattenfirmen und dann wird halt alles reingeballert und die können halt alles abspielen lassen. Und hinterher wird per Schlüssel dann an die Künstlerinnen und Künstler was ausgezahlt, was durch die Werbung reingekommen ist. YouTube hätte das auch machen können, denen war es aber zu teuer. Oder beziehungsweise sie wollten da einfach nicht und haben halt zugemacht und deswegen gibt es halt keine Lizenzmusik für alle nutzbar auf YouTube. Und wenn Spotify jetzt mit ihrer Macht, mit ihrer Reichweite eine Videoplattform starten würde, vielleicht mit ein paar cool neuen Features oder Sachen, die halt bei YouTube nicht so gut funktionieren, besser macht und dann auch gleichzeitig sagt, ja, wir erweitern unsere Verträge und das Musikding, das könnte bei uns auch einfach so, also ihr könnt jede Musik einfach verwenden. Wir scannen das und wir zahlen halt dafür den Künstlern was aus und ihr kriegt auch noch was, weil ihr ja die Videos macht. Alter Schwede, ich glaube, YouTube würde ganz schön ins Schwitzen kommen, weil letzten Endes die meist geguckten Videos auf YouTube sind immer noch Musikvideos. Das sind die Dinger, die durchlaufen, das sind die Playlisten, die man nebenher durchzocken lässt, wenn man nicht Spotify nutzt. Und wenn YouTube halt selber das sabotiert und jemand anderes da mit einem besseren Konzept kommen würde, da wäre aber mal schnell eine Wanderung angesagt. Man sieht es ja zum Beispiel an Twitch, wie viele Leute, die YouTube machen, sich an Twitch versuchen. Das ist natürlich auch immer thematisch, das ist eigentlich eine Gaming-Plattform und es ist halt schwierig, da andere Inhalte zu machen, zumal es ja dann auch andere Sachen da einfach nicht gibt, weil es nur mal eine Streaming-Plattform ist. Aber wenn zum Beispiel Spotify sagen würde, wir machen sowas und wir kombinieren Twitch und YouTube und Spotify. Halleluja! Und das wäre dann für uns als Metal-Youtuber auch mächtig interessant. Und da kann ich mir vorstellen, wenn sowas mal auftaucht, wenn so ein Player auftaucht, dann wird das auch nochmal wieder eine ganz neue Geschichte für unabhängige Leute, die über Metal labern wollen, die Spaß daran haben, die euch gerne Platten vorstellen oder halt Bands interviewen oder einfach umsonst auf Konzerte gehen wollen und Bier trinken. Ich habe jedenfalls immer noch Spaß an der Sache, auch wenn es YouTube einem schwer macht, aber ich sage mal, nee, wie der große Philosoph Christian Lindner sagte, hier Hindernisse sind nur dornige Chancen oder wie das Gequatsche von dem 17-Jährigen so ein Solarium-Opfer war. Ich habe in meinem Leben schon immer wieder Widerstände erfahren und da muss man halt kreativ werden und kreativ werden ist etwas, was ich gerne mache und deswegen hoffe ich euch noch oft und lange und vielfach mit meinem Gelaber auf den Sack zu gehen und euch vielleicht die eine oder andere Band nahe zu bringen, die ihr noch gar nicht auf dem Schirm hattet oder die ihr mal wieder hören solltet. Und ob wir das jetzt mit der Musik machen oder ohne die Musik, das werden wir dann in Zukunft sehen. Ich fände es natürlich cool, wenn es auf irgendeine Art und Weise mal machbar wäre, dass man Mucke so einbinden kann, dass wir was von unseren Videos haben, aber die Bands auch von ihrer Musik und dass die fair bezahlt werden, weil darum geht es ja im Endeffekt auch. Wir wollen die Bands unterstützen, wir wollen Musikerinnen und Musiker unterstützen, coole kleine Label vorstellen und gemeinsam eine gute Zeit haben bei der besten Musik von der Welt. Genau, Heavy Metal. Ich hätte jetzt eher Schlager sagen sollen, aber nee, auf den Witz habe ich jetzt mal verzichtet. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, was immer ihr die nächsten Tage tut. Bleibt gesund, bleibt true, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jungs Musi, Jungs Musi, Jungs Musi, Jungs Musi.